Wie kann man den Akteuren der Hochschule den Zugang zu den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz bzw. den Sprachmodellen geben? Die Antwort kann sein, indirekt über das Campus-Management-System und die Schnittstelle zu der künstlichen Intelligenz. Beispiel, ein Studierender ist auf der Suche nach einem geeigneten Titel für eine Abschlussarbeit. Natürlich könnte ein Studierender die freie Chat-GPT-Variante nutzen, um sich dort Titelideen zu erprompten. Nach der einmalig erforderlichen Registrierung inklusive Telefonnummer müsste er dann einen Prompt ersinnen, der für ein qualitativ gutes Ergebnis auch unter anderem die Nebenbedingungen der Hochschule enthalten müsste. Bei schwachen Prompts, den Por-Problem-Prompts, wird auch der Output nur unzureichend sein. Wie kann man es besser machen? Im folgenden Beispiel werden bekannte sowie erfragte und auch festgelegte Daten in einem Pro-Prompt durch das Campus-Management-System kombiniert. Die Nutzung durch den Studierenden wird durch die Hochschule dabei quasi begleitet und gestaltet. Der Ablauf ist gemäß der Abbildung wie folgt. Erstens, dem Campus-Management-System ist bekannt, welcher Studierende eine Abschlussarbeit zu erstellen hat. Zweitens, innerhalb des Campus-Management-Systems wird solchen Studierenden die Möglichkeit gegeben, auf den Service Titel für Arbeit finden zu klicken. Drittens, der Studierende wird dort befragt nach drei Stichworten zur geplanten Arbeit sowie dem Umfang in Seiten und einem vorhandenen Arbeitstitel, wie in Abbildung 6 dargestellt. Viertens, bekannt ist dem Campus-Management-System bereits die Studienrichtung ZB Psychologie sowie der Abschluss ZB Bachelor. Fünftens, festgelegt durch die Hochschule ist ZB kein Fragezeichen im Titel oder das Gliederungssystem. Sechstens, wenn der Studierende die Fragen beantwortet hat, wird mit Klick im Hintergrund der Profi-Prompt erstellt als Kombination aus erfragten, bekannten und hochschulspezifischen Details sowie den für Titelfindung aufgabenspezifischen Anweisungen. Siebtens, mit dem Prompt wird via die API die Key befragt und das Ergebnis an Tränex geliefert. Achtens, das Campus-Management-System kann die Textantwort-Grobb-Prüfen auf ZB nicht erlaubte Worte oder Zusätze hinzufügen wie unverbindlich. Neuntens, dem Studierenden wird der angeforderte Titelvorschlag innerhalb des Campus-Management-Systems angezeigt. Zehntens, der Studierende kann die Titel prüfen und gegebenenfalls anpassen und für einen von ihm definierten Titel eine Arbeitsgliederung oder auch kreative Thesen erstellen lassen, die automatisch grob den Anforderungen der Hochschule ZB gemäß der Gliederungssystematik entspricht. In keinem der Schritte verlässt der Studierende das Campus-Management-System Tränex und die Key ist nur im Schritt 7 bzw. dem gestrichelten Lila-Bereich involviert. Eine öffentliche Testversion des Titelfinders ist in abgewandelter Form verfügbar unter HTTP-Titelfinder, Tränex, ROX. Auszug aus der Publikation. Integration von KI-Chatbots via API in Campus-Management-Systeme. Aus März 2023 von Prof. Dr. Stefan Biel-Etzke.